Rene Chard ist ein großer französischer Dichter und er sagt in einem seiner Bücher, man muss mit der Stirn gegen die Nacht angehen. Dieses poetische Bild hat mir sehr gefallen, denn das ist meine eigene Vorstellung von Kunst. Ich habe immer versucht zu tun, was ich nicht wusste und nicht das, was ich schon kannte. Wenn ich täte, was ich kann, warum mache ich denn das, was ich schon machen kann? Das ist genau die Idee von Rene Chard. Das Unbekannte ist mein Lehrmeister gewesen. Ich stehe vor seiner unermesslichen Größe. Ich habe versucht hinzublicken. Ich weiß nicht, ob ich gesehen habe. Rene Chard 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 In den Büchern über meine Arbeit stellt man mich als abstrakten Bildhauer dar. Doch ich bin kein abstrakter Bildhauer. Ich bin ein realistischer Bildhauer. Der Unterschied zwischen meinem Werk und anderen realistischen Werken ist, dass ich das Offensichtliche, die Erscheinung, verworfen habe. Meine Arbeit ist immer ein Problem. Es ist eine Frage. Häufig lautet die Frage, warum Skulptur möglich ist. Warum ich das, was ich tue, tue oder versuche es zu tun. Es ist ein Problem der Kenntnis, des Kennenlernens. Wenn ich etwas kenne, habe ich kein Interesse mehr daran. Ein Ding kennenzulernen ist interessant, wenn man es nicht kennt. Aber wenn man es kennt, ist es so, als hätte man es schon getan. Und ich mag schon getane Dinge nicht. Ich ziehe es vor, ein Ding zum ersten Mal entdecken zu können. Darin liegt der Ursprung meiner Arbeit. Wenn ich weiß, wie ich etwas machen kann, habe ich es schon getan. Darum muss ich immer tun, was ich noch nicht tun kann. Ich messe mich Tag für Tag, nicht um meine Größe zu erfahren, sondern um herauszufinden, ob ich gewachsen bin. Gibt es Grenzen für den Geist? Dank des Raumes existieren Grenzen im Universum und ich kann Bildhauer sein. Nichts wäre möglich ohne dieses Raunen der Grenzen und den Raum, der sie möglich macht. Eduardo Cilida wird von seiner Familie manchmal als der Tiger bezeichnet, der die Preise holt. Denn seit 1954, als er den großen Preis der Biennale in Venedig erhielt, bis 1985, als er nicht nur den angesehenen Kaiserring von Goslar bekam, sondern auch als erster Bildhauer mit dem Preis der Wolfsstiftung ausgezeichnet wurde, hat sein Werk immer wieder die erlesensten Preise erhalten, die die Kunstwelt anzubieten hat. Cilida wurde am 10. Januar 1924 geboren. Er entstammt einer baskischen Familie. Seine Mutter kam aus San Sebastian und sein Vater aus Vitoria, einer alten Handelsstadt, die heute Hauptstadt des Baskenlandes ist. Er war der Älteste von drei Brüdern. Der zwei Jahre jüngere Gonzalo wurde Maler und Ignacio, der Jüngste, starb 26-jährig bei einem Unfall. Sein Tod erschütterte Eduardo tief. Alle drei Jungen, ausgelassen und rebellisch, wurden von der Marianista-Schule verwiesen und Eduardo wurde in eine private Akademie in San Sebastian geschickt. Obgleich in der Familie eine starke militärische Tradition herrschte, verstand und ermutigte der Vater das Interesse seines Sohnes an der Kunst. Und er unterstützte so Eduardos Entscheidung, Architekt zu werden. Eduardo war auch ein ausgezeichneter Sportler und war schon als 17-Jähriger eine lokale Größe als Torwart der Fußballmannschaft von San Sebastian. Pili Bell Sunze, Tochter aus einer berühmten französisch-baskischen Familie, begegnete Eduardo zum ersten Mal, als beide 16 waren. In den vielen Jahren, die sie zusammen gelebt haben, war sie nicht nur eine hingebungsvolle Gefährtin, sie hatte auch einen starken, ordnenden Einfluss auf Eduardos Leben. 1950, zehn Jahre nach ihrer ersten Begegnung, heirateten sie in San Sebastian. Doch am Anfang waren die Dinge nicht so einfach. Eduardo hatte beschlossen, die Architektur aufzugeben und das unsichere Leben eines Künstlers zu führen. Sie zogen nach Paris, wo Eduardo Zeiten des Zweifels und der Depression durchlebte. Immer in der Angst, nichts Originelles zu bieten zu haben. Der Wendepunkt war die Triennale von Mailand 1954, wo er zehn Skulpturen ausstellen konnte. Hermé Mack, der Kunsthändler, begann sich lebhaft für seine Arbeit zu interessieren und Chilida wurde durch seine Galerie bis zu Mack's Tod im Jahre 1981 vertreten. Durch ihn traf er einige der bedeutenden Künstler seiner Zeit und befreundete sich mit ihnen. Besonders mit Marc Chagall, der seine erste abstrakte Skulptur aus Eisen, betitelt Ilaric, kaufte und Georges Braque, mit dem er Arbeiten austauschte. Ganz besonders wohl mit dem Bildhauer Alexander Calder, dem Chilida eine bedeutende Arbeit aus Stahl widmete. Obgleich er viel gereist ist, bleiben seine baskische Herkunft und seine Familie Schwerpunkte seines Lebens. Noch heute lebt er mit Pili in der Stadt seiner Jugend, San Sebastian, wo er umgeben von seinen acht Kindern und unzähligen Enkeln arbeitet. von Hause Nerf an Audi von tier kam da Vielen Dank. 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 Ja, ja, ja. Ich trage diese Stimme hier, nicht wahr? Nein? Die Stimme ist gut. Ich bin sicher, dass, wenn wir das Haus in Ordnung gebracht haben, mein Werk darin leben kann, wie ein Mensch im Haus seines Vaters lebt. Das ist mein Traum. Ich möchte meinem Volk dieses Haus übereignen. Es ist mein Wille, die Verbindung meines Werkes und meiner Person zu meinem Land und meinen Ursprüngen zu zeigen. Ich fühle mich selbst wie ein Baum dieses Landes. Und so, wie ein Baum Zweige hervorbringt, bringe ich Arbeiten hervor, die im Zusammenhang stehen mit dem Ort meiner Geburt, mit der Art und Weise, wie die Menschen hier das Leben und die Dinge verstehen. Ich glaube, dass der Sinn des Lebens eines Künstlers nicht allein einen Bezug zu seinem Heimatland haben darf, sondern nach überall hin ausgeweitet werden muss. Dennoch schaffe ich mein Werk. Chilidas Werk ist ein persönliches Werk. Doch dieses Werk ist mit dem Werk vieler Menschen verbunden, die vor mir hier gearbeitet haben. Vielleicht ohne dabei mit Kunst in Berührung gekommen zu sein. Aber da ist der Bezug zu ihrer Art, das Leben zu verstehen. Ich habe viele Dinge im Baskenland und aus unserer Kultur gelernt, aber auch diese Dinge, die ich gelernt habe, sind mit dem baskischen Denken verschmolzen. Das war die Erkrankung, die Erkrankung, die Erkrankung, Untertitelung. BR 2018 Arriba! 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 Arriba Applaus 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 I remember that coming from Paris in 1950 and returning to my Basque country, I was so glad and so astonished to touch another time the sea, our mountains, our things here, that I had quickly the feeling that this was my place. I knew before, but I haven't realized, like in this moment. We have, Basque people, a particular approach to life, very direct, very hard to, in a certain way. The force of strength is very important for Basque people, as you know by sport, popular Basque sport. But it's unusual to see so strong people being so delicate at the same time and very sensitive. This is the case of Perulena. He's a poet at the same time. He's one of the most powerful men in the world. This is a very particular thing of this country. I know a lot of people like that. I know a lot of people like that. I know a lot of people like that, but I know a lot of people like that, but I'm like, but I think they don't have aitation. Wir haben viele Probleme zu entwickeln, und wir haben nur eine Partie, die zu entwickeln. Wir werden viel in der Zukunft growen, aber für den Momenten sind wir, wo wir sind. Wir müssen wissen, dass wir die Grenzen haben. Aber in meinem Fall, ich bin sehr interessiert mit allen unseren Problemen. Wenn ich einen Exhibit in Amerika hatte, wenn ich den Mellon Prize in Pittsburgh hatte, ich sah, dass alles in Englisch war, in dem Buch sie mir dediziert. Und ich wollte etwas dedikten zu meinem Land. Und das bedeutet in Basel ist, Nere erri saharari, Nere averri gasteari, Nere lan osoa biots biotses opadiot. In meinem alten Land, in meinem junger Land, ich offer, mit all meinem Herz, mein gesamtes Werk. Das ist die separation zwischen dem alten Land und dem junger Land. Das ist die Idee. Wir haben, ich denke, die Basler heute. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Ich hoffe, es geht. Ich hoffe, es geht. Das ist die Idee. Die Idee. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das Schmiedewerk in de Gafpia ist für mich sehr wichtig, denn vor einigen Jahren habe ich dort an großen Stücken zu arbeiten begonnen. Das ist wirklich sehr gut, denn in meinem Atelier kann ich so große Arbeiten nicht ausführen. Nicht nur wegen ihrer Größe, sondern auch wegen des Gewichts. Das Schmiedewerk in der Mitte Ich kannte die Ecevarria-Gießerei seit vielen Jahren. Sie ist ja sehr bekannt. Wir versuchten Kontakt aufzunehmen, darüber zu sprechen, was ich tun wollte und wie ich es tun wollte. Wir haben zusammen schöne Möglichkeiten entwickelt und ich bin immer glücklich, wenn ich in Legafpia arbeite. Ich bin immer glücklich, wenn ich in Legafpia arbeite. Ich bin immer glücklich, aber jetzt interessiert das Schmiedewerk in der Mitte. Ich bin immer glücklich, dass ich mich so gut位置Fäden bin. Ich bin immer glücklich, dass ich in Legafpia habe. Es hat ungefähr eine große Menge in der Mitte. Feuer ist sehr wichtig, denn es hilft, die Geschwindigkeit eines Materials zu verändern. Wenn Eisen kalt ist, kann man es unmöglich verarbeiten, etwa verdrehen. Doch im Feuer akzeptiert das Eisen die Möglichkeit einer Bewegung. Ich habe ein ganz intuitives Verständnis im Umgang mit dem Material. Untertitelung des ZDF, 2020 Ton ist das erste Material für einen Bildhauer. Ich begann, wie jeder andere auch, mit Ton. Ich arbeitete bei einem alten Bildhauer und er gab mir Ton in die Hand. Es war furchtbar für mich, dieses weiche, sanfte Material zu berühren. Und so verwarf ich das Problem des Tons von Anfang an. Doch eines Tages, als ich aus dem Fenster guckte, sah ich Hans, wie er ganze Blöcke aus Ton bereitete. Das war nicht derselbe Ton, den ich in Madrid viele Jahre zuvor in der Hand gehabt hatte. Dieser war anders. Er war härter. Und so ging ich zu Hans hin und sagte, ich möchte diesen Ton anfassen. Ich habe die Tonblöcke berührt und hatte plötzlich das Gefühl, dass ich aus diesem Ton etwas machen könnte. Ich wollte diesen Block befragen. Und so begann meine Arbeit mit Ton. Alle Zivilisationen haben Ton für Keramik benutzt. Der Ton kommt aus der Erde und bevor er zur Keramik wird, muss er als Block vorbereitet werden. Ein Großteil meiner Arbeit ist gerade dieses Interesse an dem Leben, an dem Universum, das dieser Block darstellt. Ein mehr oder weniger verformter Block. Und jetzt werde ich es, um die Leute zu schütten, was ich über die Person mit einem Lied. Und das Ganze war mit einem Lied. Und dann wurde ich, als ich aus dem Freude, nach dem Humor der Körper be composte. Und dann wurde ich das Wort hier. Ich weiß, was ich heute Morgen würde, weil ich nicht, dass ich das Rollfaxel ihre Arbeit gebeiere. Und dann war ich so. Und dann war ich jetzt mal hier. Ich weiß, dass wir das Leben nicht mehr in die Welt. Hier ist alles, was ich mit ein paar Minuten. Und dann mal schauen sie auch, dass ich das. Ton steht in Verbindung zum Feuer und auch die Erde ist dem Feuer verbunden. Es gibt ja feuerfesten Ton-Schamott. Der Widerstand des Tons ist da viel größer als der der Bronze oder des Eisens. Wahrscheinlich ist der Ton da an seinem Platz. Das sind alles ganz magische Bezüge zwischen diesen Materialien. Ich begegnete Hans 1976, glaube ich. Er ist ein sehr netter Mann. Jetzt ist er mein guter Freund. Ich schätze es sehr, in Gras mit Hans zusammenzuarbeiten. Denn wir treffen uns in der Lösung wirklicher Probleme, die das Feuer und der Ton uns stellt. Er hat mir sehr geholfen, all diese Probleme zu verstehen und die technischen Lösungen zu finden. www.hans.de Das war's für heute. 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 Die Funktion übernimmt die leere Innenseite des Objekts, des Gebrauchsgegenstandes. Ich will nicht, dass die Lehre genutzt wird. Ich respektiere die Lehre zu sehr, als dass ich erlauben könnte, dass sie zu etwas mehr da sein sollte, als nur zu existieren. Wo ist das? Ja, das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und hier, das war's für heute, das war's für heute. bevor ich es ausführe. Aber ich kenne dieses Werk nicht in seiner Form und will es auch gar nicht kennen. Es ist sehr schwer, all dieses auszudrücken. Es ist wie ein Aroma, etwas, das man riecht und das man wiedererkennt und von dem man weiß, dass es von einer Ebene kommt, die größer ist als Formen oder Konturen. Und wenn man das spürt, dann kann man frei an die Arbeit gehen. Ich habe nicht den Wind gesehen, nicht den Flug der Wolken. Ich habe nicht die Zeit gesehen. Ich sah die Blätter fallen. Augen zum Sehen, Augen zum Lachen, Augen zum Weinen. Sind sie auch zum Schauen da? Augen zum Sehen. 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 René Chard ist ein großer französischer Dichter. Und er sagt in einem seiner Bücher, man muss mit der Stirn gegen die Nacht angehen. Dieses poetische Bild hat mir sehr gefallen, denn das ist meine eigene Vorstellung von Kunst. Ich habe immer versucht zu tun, was ich nicht wusste und nicht das, was ich schon kannte. Wenn ich täte, was ich kann, warum mache ich denn das, was ich schon machen kann? Das ist genau die Idee von René Chard. Das Unbekannte ist mein Lehrmeister gewesen. Ich stehe vor seiner unermesslichen Größe. Ich habe versucht hinzublicken. Ich weiß nicht, ob ich gesehen habe. Das Unbekannte ist mein Lehrmeister. 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 Vielen Dank.